Die sind so mega, die muss ich haben. Das ist ein Carmen must-have. Wer hat sie gefunden? Du hast sie gefunden, mein Schatz. Du kennst schon absolut meinen Geschmack. Ja. Wahnsinn. Die sind so witzig. Stimmt. Schuhe sollten in erster Linie witzig sein. Hammer. Du brauchst auch keine Handtasche. Nee, brauchst keine Handtasche. Kannst du alles reintun? Ja, warte, ich guck mal. Und was auch wirklich erst aufgeht, das sind meine Monsterstiefel in Monaco. Kohle, Brille, alles. Alles? Du brauchst keine Handtasche? Ja, da will ich mir zwei Paar von nehmen. Wie geil ist das denn, bitte schön. Da musst du erst mal draufkommen auf die Idee. Nee, die muss ich haben. Wenn der die nicht kleiner hat, nehme ich auch die ganz großen. Ja, war mir klar.